Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute begrüssen wir Sie ausnahmsweise aus der GOB Studioküche. Es geht nämlich ums Backen. Und zwar möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie originellen Bauschmuck oder ganz persönliche Tischdekorationen machen können. Nach dem Rezept, den Sie die Woche in der GOB-Zeitung nachlesen können, haben wir einen Lebkuchenteig vorbereitet und dann mit grossen Formen Gutzeln ausgestochen und acht bis zehn Minuten backen. Das Schönste ist natürlich das Dekorieren. Da lassen Sie Ihren Fantasien freien Lauf. Verzieren Sie diese Lebküche mit Ornamenten oder Figuren oder dann mit den Namen von Ihren Angehörigen oder von Ihren Gästen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Backen und beim Dekorieren der Lebküche. Zurzeit finden Sie bei GOB übrigens verschiedene Zutaten besonders günstig. Profitieren Sie davon. Wenn Sie regelmässig bei GOB einkaufen, sind Ihnen sicher schon die weissen Packungen mit den beiden orangen Streifen aufgefallen. Es handelt sich dabei um typische GOB-Produkte von bester Qualität, günstig im Preis und mit besonders viel Informationen darauf. Wie die Herkunft, die Zusammensetzung, den Nähr- und Energiewert und die Haltbarkeit. Sie sehen, bei GOB können Sie eben beides über. Auf der einen Seite der erfolgreiche Markenartikel und als Alternative dazu das leistungsstarke GOB-Produkt. In den GOB-Center und GOB-Warenhäuser gibt es jetzt wieder eine Vielfalt von Spielwaren zum Wünschen und Schenken. Wie zum Beispiel der Suzuki Jeep mit Vierradantrieb. Oder das Legoland-Wochenendhaus zum selber bauen. Der lustige Schlenkerbär mit seinem Langhaarpilz. Oder das spannende Würfelspiel, wo man Millionen gewinnen kann. Nicht gerade gewinnen, aber günstig kaufen können Sie bei GOB die bekanntesten Markenski wie Fischer, Blitzart, Atomic oder Rossignol. Und natürlich gibt es bei GOB auch die passenden Tirolia- und Salomonbindungen. Und alles, was man sonst noch so zum Skifahren braucht. Sie wissen ja, die GOB-Restaurante gibt es in der ganzen Schweiz und alle bieten Ihnen in einer gemütlichen Umgebung vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten. Zurzeit machen die Küchenchefen wehrschaffte Eintopfgerichte, wie zum Beispiel das schmackhafte Militär-Pot-Taufeuil. Und was Sie zu Hause wieder einmal ausprobieren können, das zeigt Ihnen gerade unsere Studienküche mit dem GOB-Rezept dieser Woche. Heute habe ich für Sie einen Vorschlag für eine glatte Vorspeise oder eine kleine Mahlzeit. Brokkoli-Toast. Ein Päckchen tiefgehlten Brokkoli noch aufzutauen oder im Salzwasser kurz aufkochen, bis sich die einzelnen Teile voneinander lösen. Die Stille haben wir vom Brokkoli abgeschnitten und gewürfelt. Zusammen mit einem Knoblauch im heissen Öl dämpfen. Mit etwas Bouillon ablöschen und etwa 10 Minuten weiter dämpfen. Dann mit einer Gabel verdrücken und die Pasten auf den Toast streichen. So. Zuletzt kommen die dämpften Brokkoli-Röseli auch noch auf den Toast. Ein bisschen Reibkäse drüber, Parmesan und mit Pfeffer nachwürzen. Das Rezept steht in der GOB-Zeitung und ich wünsche Gute. So, das wäre es wieder mal für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Anschließend kommen noch GOB-Angebote zum Sparren. Profitieren Sie davon. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB. GOB Café Excellento 250 Gramm statt 4 Franken nur 3,50. 500 Gramm statt 7,60 nur 6,60. Und Espresso 225 Gramm statt 3,35 nur 2,85. Kuchenteig 250 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig 250 Gramm statt 1,90 und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Schweizer Raclette Käse in Scheiben per 100 Gramm statt 1,84 nur 1,54. Und in Blöcke per 100 Gramm statt 1,66 nur 1,39. Und noch morgen über morgen und am Samstag. Ein Sacher Cake statt 3,40 nur 2,60. Ein Tiroler Cake statt 3,70 nur 2,70. Feinkristallzucker 1 Kilo statt 1,30 nur 1,10. Bananen 1 Kilo nur 1,80. Bintje Herr Döpfel 2,5 Kilo nur 2,20. Auf Wiedersehen. Beob LCB Kentucky